Soll man dich ja auch mal mit aufs Video raufnehmen. Der ist hier so aufdringlich irgendwie. Schaut mal einfach mal. Oder findest du hier oben besser. Sonst hopst da rum. Kannst du hier auch mal rüber gucken. Wir haben hier immer eine gute Aussicht eigentlich. Immer gute Übersicht. Wer so rumläuft, rumfährt und auch sonst. Wie das Wetter ist und wie die Hunde so sind. Oder hier ist was los. Feiner Maus. So. Hier Berg. Da müssen wir noch mal da hinten hin zogen. So. Kurz mal beim Nachbarn hier rin spionieren. Aber ich darf das hier. Ja und du freust dich. Ah Mann bist du eine kleine süße Maus. Ach die freuen sich immer so. Ja. Ja. Ja ist ja gut. Ja. Du grinst ja immer so. Hm. Na gut. Haben wir erstmal wieder genug Freude gehabt. Und Übersicht. Schönen Abend erstmal noch. Ciao. Ciao.